Also, liebe Zuschauer von Kommt zu Axel, Sie wissen ja, diese Sendung steht für den Nachwuchs. Und ich habe zwei ganz charmante junge Herren mir in die Show eingeladen, in eine Sonderausgabe. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Mein Name ist Peter Sattmann. Mein Name ist Rainer Schöne und ich bin Rentner. Sie können sich vorstellen, was Sie erwartet. Oh, freuen Sie sich auf Kommt zu Axel mit einer Sonderausgabe mit Schöne und Sattmann. Herzlich willkommen Rainer Schöne. Grüß dich, Herr Nachbar. Ja, dich mal auf der Bühne. Du bist hintergerutscht und bist mir schon fast aus dem Licht gerutscht. Wir sind nämlich Nachbar. Ja, ja. Guck mal, Schöne muss schönes Licht haben. Das ist ganz wichtig. Rainer, erstmal danke, dass du zu mir in die Show gefunden hast. Es ehrt mich. Weil ich möchte diesem Publikum draußen mal so ein bisschen was von dir erzählen oder von dir erzählen lassen. Dann erzähl. Ich höre zu. Ja, genau. Du hast nämlich ein wirklich spannendes Leben hinter dir. Du kommst aus Weimar. Das ist schon mal unstrittig. Und weißt du, dass wir eine Gemeinsamkeit haben? Sprich, du kommst auch aus Weimar. Nein, ich komme nicht aus Weimar, aber wir waren beide mal Bühnentechniker. Oh, ja. Du hast als Bühnentechniker deine Karriere begonnen. Als Kulissenschieber. Als Kulissenschieber. Ja, der wollte es mir nämlich nicht haben auf der Schauspielschule aus politischen Gründen. Und dann musste ich quasi ein Jahr in der Produktion absolvieren nach dem Abitur. Und dann habe ich gesagt, bevor ich irgendwie in die Fabrik gehe, gehe ich doch lieber als Bühnenarbeiter ans Theater, weil ich ja auch in Weimar aufgewachsen bin und wohne, habe ich mir gesagt, gehe ich doch mal ins Nationaltheater und frage. Und dann war ich ein Jahr Bühnenarbeiter. Und ich muss sagen, das ist die beste Lehrzeit, die man als Schauspieler haben kann. Man lernt das nämlich von der Pike, meinetwegen. Du siehst die Proben, du baust ihnen die Dekorationen hin, du erlebst einen Probenprozess und kriegst eine Demut und eine Ehrfurcht. Das kann ich nur jedem Schauspielschüler empfehlen, bevor er auf die Schauspielschule geht, ein Jahr als Kulissenschieber an ein Theater zu gehen. Ich bin absolut bei dir. Wo warst du? Ich habe angefangen am Cottbusser Staatstheater und dann am Berliner Ensemble. Also das sind ja nun nicht die schlechtesten Häuser gewesen in der ehemaligen Demokratie. Nein, durchaus nicht. Aber genau diese Beobachtung habe ich eben auch gemacht. Sehen, 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 sehen. Ja, wirklich. Also den anderen aus dem Maul schauen, gucken, wie sie arbeiten. Man lernt Bescheidenheit. Weil ich habe das nämlich oft erlebt, dass Schauspielschüler von der Schauspielschule kommen und dann, wie man das im Englischen sagt, they think that shit doesn't stink. Die haben eine gewisse, viele, also nicht alle, aber manche. Aber das kriegst du ganz schnell, also man kriegt da einen Respekt vor dem Proben. Zu wissen, wie was funktioniert, sozusagen vom Einlass über Bühnentechnik. Das war ja ein Drei-Sparten-Theater. Das ist also Ballett, Oper und Musik, Oper und Operette, Musical, Ballett und Schauspielerei. Und ich habe sowohl für die Oper schwerste Kulissen geschuftet, als auch für alles. Und habe sogar in einem Ballett, ich war dann später auf der Schauspielschule am selben Theater, musste natürlich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Aber das war schon sehr schön, dass ich so Bühnenarbeiter und Schauspielschule am gleichen Haus gemacht habe. Und ja, ich denke da mal sehr gerne. Das hat dir nicht geschadet. Nein. Ja, du hast dann sozusagen den Beruf von der Pike auf gelernt und bist 1968 in West-Berlin geblieben. Du musst natürlich vorher erstmal dort hingekommen sein, weil unser Publikum weiß natürlich, dass es da die Mauer schon gab. Wie kam es dazu? Wie kamst du überhaupt in den Westen? Ich hatte eine Einladung bei einer FDJ-Wahlveranstaltung im Bahnhof Wannsee. Die S-Bahn unterstand dem Magistrat von Ost-Berlin. Und es gab auch eine SED-West und eine FDJ-West. Und die FDJ-West haben da so eine Wahlveranstaltung gemacht und ich habe meine Protest-Songs gesungen. Und da haben sie mir einen Passierschein gegeben und ich sollte um 0 Uhr zurück sein. Und das war vor vielen Jahren. Und ich habe den Passierschein ein bisschen verlängert dann. Und ich weiß noch, dann hat mir einer von den Veranstalter gesagt, du immer mit deinen pazifistischen Songs hier. Und da habe ich mir die berühmte Sprechblase, du kannst mich am Arsch lecken, ich bin eigentlich schon weg. Und das waren ja die Anti-Vietnam-Protress-Songs, das war ja der Höhepunkt des Vietnamkriegs. Und meine Songs waren Protest-Songs. Richtig, aber du hast mir das natürlich auch im Detail erzählt. Du warst drüben, also bist dort aufgetreten bei der FDJ. Nein, nicht bei der FDJ, es gab diesen Oktober, der später Oktober-Club wurde. Es war früher der Hut-Nanny-Club und das war so eine Open-Mike-Session und da konnte jeder seine Songs singen. Und das war auch eine wunderschöne Erfahrung, die ich da gemacht habe. Für über einige Jahre ging das. Aber dann nannten sie sich Oktober-Club und da dachte ich mir, jetzt muss ich weg und dann war ich weg. Ja, ja, genau. Aber ich wollte eben auf den Punkt, dass du nicht sofort drüben geblieben bist, sondern erstmal noch was im Osten fertig gemacht hast und dann drüben geblieben bist. Ja, aber das ist eine so aufwendige Geschichte, wenn ich dir erzähle. Müssen wir gar nicht erzählen. Nein, aber du warst dann da und ich habe jetzt bei der Recherche festgestellt, was ich natürlich ganz toll finde. Du hast beim Vorentscheid für den Grand Prix de l'Eurovision 1970 den zweiten Platz gemacht mit dem sensationellen Titel Allein unter Millionen. Das finde ich ja natürlich wichtig heiß. Den habe ich nicht selber geschrieben. Damals habe ich noch kaum selber geschrieben. Also schon Musik, aber nicht Texte. Wie kamst du zum Grand Prix? Wie hast du das angestellt? Weil meine Plattenfirma, damals die Decker war das, glaube ich, die hat mich dahin geschickt. Giorgio Moore, da war der Produzent und hat mir da einen Song aufgedrückt und ich dachte, da mache ich mal mit. Und Katja Eppstein gewann damit, Wunder gibt es immer wieder und Roberto Blanco war mit auf dem Kürforsendamm, meine Liebe. Und ich habe mir den zweiten Platz mit Mary Rose geteilt. Und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich den ersten Platz gewonnen hätte und ich hätte dann irgendwo, wäre ich dann in eine Schlagerrichtung gerutscht. Ja, warum nicht? Naja, aber ich weiß, dass zu den Proben Giorgio Moore da als Produzent, das war ja Playback gesungen und das Band vergessen hatte. Und er musste nach München fliegen und das Band holen und kam erst, glaube ich, eine Minute vor der Sendung wieder zurück. Aber du hast es geschafft. Aber es gibt einen Clip im Internet davon, ich im dafür angefertigten weißen Hirschlederanzug mit zu betrachten Haaren und geföhnt. Und bei jeder Talkshow im Land wird der eingespielt und Leute, die Szenen sind immer sehr amüsant. Ja, das ist immer sehr amüsant und es gehört dann zu meinen sehr gern gemachten Jugendsünden. Genau, 1972 kam dann der Durchbruch, was das Musical betrifft, mit Jesus Christ Superstar und Herr, oder? Jedenfalls steht es so... Einspruch, naja, ja, das war Herr. Ich habe ja drei Monate, nachdem ich im Westen gelandet bin, ein Casting gemacht für ein Musical, das hieß Haare, also Herr. Und kriegte dann die Hauptrolle, den Burger in Herr. Und das war schon ein paar Monate, nachdem ich weggegangen bin. Also es war 68. Das war 68, Jesus Christ Superstar, war die Folge davon dann eigentlich. Und bei Jesus Christ Superstar waren im Ensemble, ich würde sagen, 90 Prozent der Herr-Kids der Jahre vorher. Also wir kannten uns eigentlich alle. Aber es ist doch toll, solche Sachen spielen zu lassen. Naja, ich habe mit 150 Prozent angefangen, das war schon toll. Und im Osten gab es zwei, mein Bruder schickte mir zwei Ausschnitte aus einer Theaterzeitung, also Theater heute, Theater der Zeit, Theater heute. Ich weiß immer nicht, Theater heute ist hier und Theater, also Theater der Zeit war es natürlich, Theater der Zeit. Und aus der jungen Welt. Und da stand dann der Abstieg eines jungen Künstlers, Rainer Schöner hatte alles hier in der DDR. Jetzt wälzt er sich mit einer Gruppe nackthaariger, langhaariger, nackter auf einer Bühne im Lande von Strauß und Kiesinger. Der Kriegstreiber, bla bla bla, in einem Stück, was die freie Liebe und den Antipatriotismus propagiert. Das ist ein schöner Schlusssatz. Junge Welt, das ist wohl das letzte Mal, dass man von diesem jungen Künstler gehört hat. Wunderbar, junge Welt, aber die Zeitschrift gibt es heute noch. Die gibt es heute noch, ja. Eins muss ich dich natürlich fragen, Rainer, wie ist es auf einem Raumschiff Enterprise? Du kannst uns das beantworten, weil ich glaube, du bist der einzige deutsche Schauspieler, der mit denen rumgeflogen ist. Ja, und das zweite Mal bei Bulli dann im Raumschiff Surprise. Ich hatte ein Casting, also eine Audition, die das in Amerika heißt, und habe dann diese Rolle gekriegt, das war ein Außerirdischer, der Essok. Und das war schon eine geile Geschichte, muss ich sagen. Wie war das überhaupt in den USA? Also, ich meine, aus Weimar in die USA zu gehen, war ja eine Entwicklung. Das alles zu erzählen würde jetzt nicht anstrengen. Nein, nein, ich bin nach einer zehnstündigen Miniserie, die Rückkehr zur Schatzinsel, der Return to Treasure Island, die von Disney Co. produziert wurde, hatte ich zehn Stunden Roller anzubieten. Also, du kannst ja, du musst, wenn du in Amerika einen Agenten haben willst, musst du etwas auf Englisch zeigen. Es kommen viele aus dem Ausland, die haben dann Untertitel unter ihren Rollen, das interessiert, die wollen hören, wie du auf Englisch klingst. Und ich hatte zehn Stunden anzubieten und kriegte dann, das ging auch nicht ganz so schnell, einen Agenten, die berühmte, wunderbare, alte Paul-Kohner-Agentur, die auch auf Ausländer spezialisiert war, schon seit den 30er Jahren. Und dann war ich dann fast 20 Jahre in Amerika. Ja eben, weil du hast ja lange gearbeitet. Ja, ich bin aus sehr privaten Gründen, das führt jetzt zu weit, das waren tragische Geschichten, dann für eine kurze Zeit nach Deutschland gegangen mit der Anja, meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau und Mutter meiner wunderbaren Kinder und sind dann eigentlich in Deutschland hängen geblieben. Wir wollten gar nicht hierbleiben. Das ist eine ganz coole Sache. Wir können ja dein Leben sowieso jetzt nur streifen. Und dann kam jedermann natürlich, 1999 hast du es in Berlin gespielt. Das werden wir nachher noch mit deinem lieben Kollegen, liebenswerten Kollegen beleuchten. Aber eines darf jetzt natürlich nicht unerwähnt bleiben, weil das ist schon irgendwie, es spiegelt so deine Bandbreite. Bin ich mal gespannt. Du bist ja auch als Synchronsprecher sehr aktiv. Und ich finde das einfach irre, dass du auf der einen Seite Papa Schlumpf sprichst und auf der anderen Seite Star Wars Episode 3. Thilo, ich bin dein Vater. Aber das ist ja eigentlich, das war ja nur ein Film. Aber jetzt haben wir den fünften Transformers gemacht. Und da bin ich ja dann die deutsche Stimme von. Und es ist wunderbar, ich habe so viele Handys besprochen inzwischen. Mein Name ist Optimus Prime. Herrlich, herrlich. So viele Kids kommen dann immer und sagen, oder du kommst in irgendeinen, da kannst du zehnmal den Hamlet, den jedermann gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viele Filme gemacht haben. In dem Moment, wo du Optimus Prime bist, die deutsche Stimme, da bist du der König. Wunderbar. Und wie klingst du als Papa Schlumpf? Das weiß ich, so wie ich. So wie ich? Nein, nicht wie du, wie ich. Nicht wie du, ja, okay. Sehr schön. Der Sattmann lacht schon. Nein. Mein Lieber. Da musste ich nicht so tief, das ist einfach ein liebenswerter alter Papa. Einen seiner Lieblingssongs, den hören wir jetzt, nämlich Jungsein. Damit verabschieden wir uns für heute von Kommt zu Axel und freuen uns auf ein Wiedersehen, hoffentlich mit den beiden Junggebliebenen hier. Tschüss und Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? Wie werde ich aussehen, wenn ich älter bin? Wie einer, wenn ich älter bin? Wie einer, dem das Leben glückt? Ich bin nicht mehr so schnell, wenn ich nicht mehr so schnell, nicht mehr so schnell, nicht mehr so laut? Ist mir die Lust nicht mehr vertraut? Wie werde ich nicht mehr so schnell, wenn ich weiterverläss? Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin? Oder tret' ich irgendwann zwischen Sirius und Wassermann Diese viel zu lange Reise an Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Vielen Dank.